Dann gucken wir uns das Video an. Gar keine Liebe in diesem Video. Let's go! Yo YouTube, was geht ab? Da kommst du ein neues Video. Frohe Weihnachten! Ich schreck wie ein EZ. Okay. Yo YouTube, was geht ab? Nee, das ist kacke. Das ist nicht weihnachtlich. Hi YouTube, Merry Christmas und Happy New Year bald. Ja! Nein, ich ruhe! Nein, meine Kinder, bitte nicht! Och Digger, Weihnachten vorbei. Denn Weihnachten ist doch ein Fest der Liebe und der Familie. Nichts ist wichtiger, als in diesen Tagen Ruhe zu finden. Die haben alle so gelitten. Rieselt. Alle singen Schnee. Still und star ruht der See. Ruhe zu finden. Weihnachtlich glänzt der Wald. Schneemann war zu Besuch. Ich pack mal meine Hand in den Sack rein. Es gibt da ein Kaufhaus, das mich nicht verlieren möchte. Es ist wirklich, es ist ein Irrendum. Was läuft, was läuft. Willkommen zum nächsten Video. Ich hab nichts bekommen. Nein, nein, nein. Ehrlich von dir wissen, Max Schradin. Was schätzt du, wie alt der ist? So jung ist er schon immer. Ich weiß es. Die wollen ihn wirklich nicht gehen lassen. Ey, aber eins muss man mal sagen, ne? Eins muss man mal wirklich sagen, Digga. Was ist mit diesem Zeug? Warum ist Wasabi so scheiße? Manchmal isst du Sushi mit Wasabi und es ist gar nichts. Und manchmal isst du Sushi mit Wasabi und deine ganze Fresse ist am Brennen. Wollen wir eine Männerportion nehmen? Ich kann das. Also das ist schon massiv viel Wasabi, oder? Oben drauf Wasabi. Ich mach es wie ein Mann. Oah. 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 Alter. Dieses Zeug ist so hinterlässig, biestig, Alter. Jetzt geht's sofort wieder. Wie kann das sein, dass diese Schärfe über die Zunge sofort, ihr kennt das, in die Nasenspitze reinzieht? Das geht immer so in die Nase rein, das ist doch nicht normal. Das in der Nase, das kribbelt so übertrieben, Digga. So, weiter geht's. Jetzt kommt, jetzt wird's wirklich schwer. Über 50 oder unter 50? Lass es, Jens Richard, lass es. Über 50. Ja. Alles klar. Tschüss, Mutter. Das ist Ehrlichkeit. Hallo? Ich bin nicht der beste Telefonjoker, sag ich. Doch, du bist der beste. Pass auf. Folgendes. Was ist der lautest gemessene Röpser? Wie viel Dezibel hat der? Ja, das weiß ich. Das ist lustig. Ich hab nämlich, wir wollen ja auch einen Röps-Wettbewerb machen bei der Weihnachtsshow. Da haben wir uns letztens Videos angeguckt und da hätte ich nicht so ein dickes Alzheimer, würde ich es genau wissen. Der lautest gemessene Röpser ist 113 Dezibel. Achtung. Achtung. Hannah Fleck hat gewonnen. Du hast gewonnen. Wir haben es, Marcel. Da gibt es sogar Röps-Weltmeisterschaften. Drei, zwei, eins. Wie geht das? So was geht das überhaupt nicht. Das waren 85 Dezibel. Das war ja gar nichts. Der hat noch nicht. Wer will nochmal. Du sagst mir Bescheid, sobald du bereit bist. Eine, aber äh, warte mal. Was ist das? Äh. 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 Digga, also sorry. Also das ist Weltrekord. Das ist Weltrekord. Das ist Weltrekord. War voll leise. Ja egal, alles gut. Ich weiß ja, dass ich Weltrekord hier gerade gemacht habe. So. Okay, weiter geht's. Scheiß drauf. Muss ich mal runterzählen? Drei, zwei, eins. Äh. 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 Joey, so hässlich. Ich glaube, es wird jetzt Vorführeffekt. Äh. Äh. Du sollst nicht in mein Mikrofon reinrücken. Was ist denn hier überhaupt? Kommst du mir rülpst mich an? Was willst du? Ich würde erstmal zu Michael Jackson gehen. Den haben... Findest du es gut, wenn Frauen rülpsen? Also ich bin offen und ehrlich zu dir. Wenn du an dem Punkt bist mit deiner Frau oder mit deiner Freundin, dass ihr voreinander rülpst, dann ist es deutlich entspannter, als wenn man das nicht macht. Also ich finde, es ist völlig normal. In den weiblichen Mund kommt nicht nur viel doofes Gesabbel raus und gelegentlich auch mal dein... Sondern da kommt auch mal ein Bäuerchen raus. Und wir nämlich da vorne? Ein Moonwalk könnte durchaus anstehen. Oder? Heftiger Lookwalk. In den Armah Jackson. Ladies and gentlemen, this is Mammo number five. A little bit of Erica but my side. Wow. Also wirklich, das ist schon... Also nicht jetzt... Aber es ist schon ein gewagtes Outfit, oder? Die App läuft. Du hast noch deine Blitzer einfach, ne? Du weißt schon, dass das illegal ist, oder? Ich hab Angst, dass hier drinnen geblitzt wird. Auf der Straße hab ich das Ding nicht an. Das ist nur hier drinnen. Man weiß ja nie, wo die Schweine Priester überall blitzen. Jeder spielt Fortnite, oder? Also so gefühlt, jeder hat schon mal... Ne. Ich hab noch nie Fortnite gespielt. Der war gut. War ehrlich. Ich höre, ich hab noch nie Fortnite gespielt. Unvorstellbar, gell? Du? Ich hab schon mal... Auch nicht gespielt. Ja, tut uns leid. Okay, krass. Tut uns leid. Ich höre. Okay, krank. Okay, das ist krass. Hä, das ist doch bisher das beste Geschenk, oder? Sehr schön. Aber es wird auch einfach dein Skin ist. Ja, es ist mein Skin. Montefischtick-Skin aus... Das ist ja richtig krass. Also das ist auch unglaublich gut gemacht. Ich hab mich so gefreut. Also es hätte keinen besseren treffen können, glaube ich. Ja, das war von Vaila, ja. Und ich muss wirklich sagen, ich hab auch mit Ronny Berger telefoniert nochmal persönlich. Ich glaub, das war auch bei... Er hat auch gestreamt. Natürlich ist Wichteln... Das muss man dazu auch nochmal sagen. Wichteln ist natürlich auch einfach Geschenke, die so Spaßgeschenke sind. Versteht ihr, wie ich mein? Also wenn Revi dann eine Pimmelkerze verschenkt, ist es auch vollkommen legitim. Und ich finde auch, ich muss ihn auch ins Schutz nehmen, auch wenn ein Mert Zucuk verschenkt, dann ist es für mich auch noch tragbar. Weil Wichteln... Wichteln... Könnt ihr gerne nachgucken. Wichteln und auch gerade wie wir Wichteln eigentlich angekündigt haben, war auf Scherz, auf lustig. Bisschen. Was zum Lachen. Das Einzige, was ich nicht in Ordnung fand, muss ich wirklich sagen, ein Geschenk in... Und das habe ich auch zu Ronny gesagt am Telefon und damit ist das Ding auch dann für mich gegessen, ein Geschenk in Küchenrolle einzupacken. Wenn du Jumjum-Nudeln verschenken willst und eine Banane auf lustig, muss es nicht jeder nachvollziehen, aber dir zumindestens ein oder zwei Minuten Zeit zu nehmen, das Geschenk einzupacken oder irgendwo eine Tragetüte oder whatever, versteht ihr, das ist eigentlich nur das, was an dem Geschenk wirklich respektlos war. Weil beim Geschenke auspacken geht es ja auch, wie es ja schon heißt, um Geschenke auspacken. Und wenn du etwas bekommst, was in Küchenrolle eingewickelt ist, löst das nicht unbedingt viele Emotionen bei dir aus. Oder wisst ihr wie ich meine? Aber Wort auch längst geklärt, klar. Ronny wird trotzdem immer sofort überall eingeladen. Ich möchte ihn ja doch einfach nochmal vorstellen. Den einzig, die Leute fragen sich, wer ist das Ding, kenne ich gar nicht. Stell dich einmal vor, für die Leute, die nicht wissen, wer du bist. Bro, er hat so viele Komplimente bekommen, dass er unfassbar Mashallah aussieht. Das ist richtiger Kevin, der Inhaber und Freund und Familie von Onkel Munde. Hier nochmal ein paar Zahlen von dem Event. Die maximale Zuschaueranzahl war 208.000. Was ist denn da los, Alter? Sind die Bingo-Zahlen im Altenheim durchgesagt worden und er kriegt sie mal auf eine Kette? Ist das geisteskrank. Maul nur! Habe ich mir in 10 Minuten angeguckt, wie der Mann eine Zahl ausspricht? 200.000... Wer kennt Stegi? So ein Avatar-Typ. Adam macht so geilen Content. Aber ich habe es dir jetzt schon mal gezeigt. Adam macht seltenlustige Sprüche. In meiner Stream setze ich auch verschiedene Stimmen ein. Du kannst als professioneller Synchronsprecher jetzt bewerten, wie die sind und was ich verbessern kann. Adam ist nicht so krank lustig. Adam sagt ein Heuer. Can I get a Heuer? Can I get a Heuer? Can I get a Heuer? Ich bin wortgewandt und lustig und ich rappe ein Gedicht. Stegi Du dagegen sitzt zu Hause und zeigst nie dein Gesicht. Mein Name ist Adam und ich bin mit euch in der Welt unterwegs. Oh mein Fernseher. Boah, das ist so krass. Man trennt das erst. Boah, man muss aber richtig pressen, ne? Boah! 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 Also wir müssen eine Sache mal kurz festhalten, okay? Ihr müsst nicht alle die Streams von Adam fühlen oder Adam als Charakter, okay? Das ist ja vollkommen euch auch überlassen und vollkommen fein auch. Aber ich will euch eine Sache sagen, Digga. Adam ist der größte Win für uns alle in den letzten zwei Jahren, Digga. Adam hat mit seiner Technik und mit seinem Equipment etwas möglich gemacht, was für uns alle unfassbar viel Unterhaltung und eine riesige Bereicherung für die gesamte Szene in Deutschland ist. Ohne Adam würden extrem viele Streams, Projekte gar nicht so stattfinden. Denn Adam ist immer noch eine... Er ist immer noch verdammt teuer. Adam, nicht die Preise erhöhen, sondern runter machen bitte. Adam ist immer noch im Verhältnis, kostet er viel Geld. Aber wenn es einen Adam nicht geben würde, würde man das mit anderen Produktionsfirmen machen wollen, eventuell. Und die verlangen gleich das Fünffache gefühlt. Versteht ihr, wie ich meine? Also super, super viel Content, IRL-Streams von ganz vielen Streamern da draußen würden gar nicht so stattfinden, wenn es einen Adam nicht geben würde. Und deswegen ein ganz spezieller Neujahrsgruß an mein Schatzi Mausi Adam. Und von meiner Community ein dickes Montel in den Chat an Adam. Denn ohne Adam hätte es keinen Weihnachtsstream gegeben. Ohne Adam hätte es nicht den IRL-Stream gegeben aus dem Wildpark Schwarze Berge. Hätte es nicht gegeben aus Heidepark Soltau. Super viele geile Projekte, die wir alle enjoyed haben, wären gar nicht am Start gewesen bei mir und auch bei einem Knossi oder oder oder. Ohne Adam, eine f***ing Legende jetzt schon. Und frühstückt den anderen Kollegen, jetzt habe ich schon seinen Namen vergessen, Stegi. Stegi ist ein Bäuerchen von Adam Kappa. Weiter geht's! Ganz kurz zeigen, ich habe die gleiche Flasche hier wie er. Aber ich mal zeige, dass der Bray absolut falsch reagiert hat. Ihr werdet keinen Tropfen raus sehen, das ist ganz einfach. Er hat irgendwie keine Ahnung rum experimentiert. Zack. Die haben mich verarscht. Wie machen wir das auf? Ja, ja, das ist Duschgel, ja klar. Festdrücken. Wie sehe ich aus? Einer schreibt, verstehe die Flasche komplett. Das ist krank. Das ist respektlos. Das geht zu. Die Leute kommen auf Sachen, das... Das ist respektlos. Hallo, Phoebe ist immer noch 17. Was soll das? Das ist krass. Stich auf Muskeln bei Männern. Wenn ja welche, kennst du den großen Muskeln in der Hose? Der Mann! WTF, Digga, das habe ich noch nie gemacht. Ich wünschte, ich habe 5 cm weniger. Really tough. Viele machen sich lustig darüber. Ja, ich habe so einen langen Sch***. Oh mein Gott, oh mein Gott. Digga, dabei wissen sie nicht, wie es wirklich ist, einen richtigen langen Sch*** zu haben. Und dann habe ich festgestellt, dass ich so einen fetten J*** habe. Ich habe so einen großen... Digga, ganz kurz. Frozen und Kajuji. Ihr seid beide durchgehen im Chat. Habt ihr nicht irgendwas zu tun? Die wird runtergelandet. Chill mal. Okay, sorry. Also, da sind ja jetzt schon... Da ist ja gar keine Liebe in diesem Video. Ja, ich... Du hast mir keine Zeit gegeben, es zu schneiden. Ja und? Wenn wir solche Videos machen, wo wir am nächsten Tag hochladen, musst du durchmachen. Es geht nicht anders. Ja, das ist aber... Dieses ja und... Ja, das ist eine alte Kamelle. Ich habe da ja schon alles zu gesagt, Chat. Ich finde es bloß ganz lustig. Ich hoffe, Amar ist mir nicht sauer. Aber ich finde es ganz lustig, weil nachdem das Video rausgekommen ist, wurde über Ecken gefragt, ob ich die Nummer von Hugo eventuell hätte. Aber anscheinend haben sie sich ja die Hand gereicht auf entspannter Rino. Ich kann verstehen und ich glaube, Amar ist sich dessen auch bewusst, dieses Gespräch hätte off-stream stattfinden müssen und nicht on-stream für das Wohl von Julian Draxler und Amar. Aber andererseits muss man auch eine Sache sagen. Es ist eigentlich auch ganz gut für insgesamt, dass Gespräch doch auch öffentlich stattgefunden hat, weil auch andere Leute das jetzt gesehen haben und vielleicht gesehen haben, dass sie sich vielleicht nicht alles gefallen lassen müssen. Weil am Ende des Tages, klar, ich kann meine Videos selber cutten und ich könnte auch meine Reaktion selber cutten, bla bla bla. Aber am Ende sehe ich das so, Crew, Kevin und wie sie alle da draußen heißen, sind in einer gewissen Art und Weise oder die Leute, die für die auch wiederum schneiden. Cutter sind Künstler. Für mich sind das Künstler. Sie machen aus einem rohen Material einen Diamanten. Versteht ihr, wie ich meine? Einen Diamanten für mich. So sehe ich das. Weil dieser Diamant, den sie für mich aus dem Rohmaterial machen, verdient in den nächsten Wochen für mich massig Geld. Und deswegen muss man Cutter und Leute, die einem auch im Leben weiterhelfen, appreciaten. Ich habe auch viele Reaktionen gesehen, so mit Crew, Kevin. Ja, warum stellt man denn nicht einfach einen Cutter ein und so? Aber ich sage euch ganz offen und ehrlich, mein Magen ist voll. Versteht ihr? Mir geht es gut. Ich verdiene gutes Geld. Warum soll ich jetzt für mehr Geld Leuten etwas wegnehmen, die mich auf dem Weg, wo ich jetzt bin, viel oder einiges beigetragen zu haben, wisst ihr? Klar kann man über Prozente verhandeln. Das ist kein Problem. Aber jemand komplett seinen Hack wegzunehmen, bin ich kein Freund von. Amas Cutter, Bro, in der Nacht. Amas Cutter, wenn der Vlog morgen rauskommen muss. Das ist egal, warum ich... Musst du durchmachen, 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 musst du durchmachen. Den, den, den da gerade tanzen sehen, der schreibt mir immer, jo, Video kommt zwei Wochen zu spät. Du hast einen Slitter-Clip gesehen. Du hast einen Slitter-Clip gesehen. Ich wusste... Aber eine Sache möchte ich auch nochmal ganz kurz sagen. Eine Sache möchte ich trotzdem auch nochmal sagen. Du hast doch deinen Cutter Leon nicht mehr... Du hast doch einen Cutter oder gibst Leon nicht mehr? Doch, Leon ist bei mir festangestellt seit mittlerweile 2017 ungefähr. Seit fünf oder sechs Jahren ist Leon bei mir festangestellt. Und da gab es auch Monate, wo er zwei, drei Monate gar nichts zu tun hatte, weil ich gar kein Gaming-Content hochgeladen habe. Leon wird immer an meiner Seite sein, solange ich gutes Geld verdienen und Videos schneiden lassen muss. Leon hat viele Sachen für mich gemacht. Leon ist Ehrenbruder. Eine Sache müssen die Leute trotzdem aber realisieren, Respekt ist keine Einbahnstraße. Versteht ihr, wie ich meine? Respekt beruht auf Gegenseitigkeit. Das heißt, ich erwarte Respekt von den Leuten, die für mich arbeiten und ich muss auch Respekt den Leuten geben, die für mich arbeiten. Aber natürlich, und das kann auch nicht jeder, muss man realisieren, dass ich am Ende des Tages immer noch der Chef bin. Das hört sich jetzt doof an, aber das ist so. Und wenn ich als Chef mal sage, so und so hast du jetzt zu machen, egal ob ich denjenigen seit sechs Jahren kenne und der mein Homie ist, manchmal muss doch der Chef sein. Und die Leute sollen sich dann in dem Fall nicht so viel darauf einbilden, dass sie so lange für einen arbeiten und dass man ein freundschaftliches Verhältnis hat, weil man muss immer den Chef auch, solange er sich korrekt verhält, respektieren. Nee Bruder, ich sag dir ehrlich. Nee, das hat auch keine Liebe mehr alles irgendwie. Was soll das sein für eine Scheiße? Ja wie, dann musst du halt die Nacht durchmachen. Das Video muss kommen. Dann sieh zu, wie du es hinkriegst. Ich mach einen Aufruf auf Twitter, hab sieben neue Cutter. Das ist wirklich crazy. Aktuell haben wir wirklich jeden Tag Formate. Bro, ich fühl mich, als wäre ich ReefTV. Was hat Wilbo geschrieben? Ich schneide gerade zwei bis drei Videos am Tag gerade. Naja, dann musst du auch mal eine Nacht durchmachen, dann schaffst du auch ein Viertes, Wilbo. Ganz ehrlich, auch mal anstrengend mit den Videos. Junge, ja, battle der Cutter und der Verlierer muss in Zukunft für Amar cutten. Boah, das ist eine heftige Bestrafung. Hallo? Das Video kriegst du nicht mal heute fertig, oder? Nein, warum? Mach die Nacht durch. Da ist keine Liebe mehr drin. Ja, okay. Hey, wait. Du müsstest jetzt eigentlich sagen nein. Wieso? Naja, so steht es im Text. Da ist ja gar keine Liebe in diesem Video. Ja, ein ganz gutes Video. Kommt man sich ganz gut geben auf jeden Fall. Was ist eigentlich mit der 2K Wette mit dir und Reezy? Weiß ich gar nicht. Was habe ich nochmal mit dem gewettet? Ich habe es vergessen.